Was können Sie mir über das Verschwinden meiner Schwester sagen? Wenig. Oder viel. Es liegt an Ihnen. Dann warten Sie nicht so lang. Die Uhr tickt. 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 Für die meisten ist das hier die finsterste Provinz. Aber hier geht es über eifergradene Geschichten. Sind Sie eine Verbindung zwischen den Doppelmorden? Und im Verschwinden meiner Schwester. Da gibt es keinen. Der Glück bist du Polizeichef. Du wirst dich empfinden. In der Stadt macht das Gerücht vom Serienmörder seiner Runde. Was haben Sie denn da gesucht? Ich was. Wen? Barbara ist nicht tot. Sie lebt. Dieser Mann hat eine Vorgeschichte. Wer spielt mit mir? Der Einzige, den die jetzt noch auf Ihrer Liste haben, ist Ihr Schwager. Glaubst du mir? Welchen Schlamm willst du da aufwühlen? Habt ihr Angst, was wir darunter finden? Ich brauche Sie hier. Sehen Sie das, was andere nicht sehen? Finden Sie das Verborgen? Ich will in sein Haus. Wieso habt ihr denn nicht weiter ermittelt damals? Pass auf dich auf. In den Akten fehlen dauernd Seiten. Denken Sie an die Menschen, die jemanden geliebt haben? Kennen wir uns? Verzisst euch! Wenn du wieder anfängst, geht alles von vorne los. Solange ich sie nicht gefunden habe, ist sie nicht tot.